Ich bin Roman von CONNECTO ZHW und wir freuen uns, dass LK als eine der grössten Schweizer IT-Firmen bei uns an der Messe ist. Wir sind bei CONNECTO heute ein Event, um Studenten in der Region Zürich und Winterthur kennenzulernen, für unsere tolle Positionen in Softwareentwicklung, in der Business-Analyse und in Requirements Engineering sowie auch vielleicht Data Science. Was für eine Stelle suchst du? Software-Engine. Software-Engine. Mit welcher Backend-Technologie? Ja. Dort nicht. Dort nicht. Ich habe ungefähr vor einem halben Jahr bei LK angefangen und habe sie lustigerweise genau an dieser Messe kennengelernt und ich freue mich jetzt, andere Talente zu finden, die gerne bei LK anfangen würden.